Warrior Cats – Die neue Prophezeiung Morgenröte von Irin Hunter Gelesen von Marlin Dikow Ein Hörbuch von Belz und Gelberg Prolog Sterne funkelten kalt auf den Wald herab, der vom frostigen Blattfall blank gefegt war. Schatten bewegten sich durch das Unterholz, magere Gestalten, deren Felle vom kühlen Abendtau durch Nest waren, glitten zwischen den Stängeln hindurch wie Wasser durch das Röhrricht. Der Pelz der Katzen bewegte sich nicht wie früher über den kräftigen Muskeln, sondern hing schlaff an ihren ausgemergelten Körpern. Der flammenfarbene Kater, der die schweigende Prozession anführte, hob den Kopf und prüfte die Luft. Obwohl die anbrechende Nacht die Zweibeiner Monster zum Schweigen gebracht hatte, haftete ihr Gestank noch an jedem absterbenden Blatt und Zweig. Der Kater ließ sich vom Duft seiner Gefährtin trösten, die neben ihm ging. Ihr schleppender Gang verriet, dass ihr Magen seit langem leer war und sie die Nächte durchwacht hatte. »Feuerstern«, keuchte sie, »glaubst du, dass unsere Töchter uns finden, wenn sie heimkehren?« »Darum können wir nur beten, Sandsturm«, antwortete der flammenfarbene Kater. »Aber wie?«, fragte Sandsturm und schaute zurück auf einen breitschultrigen grauen Kater. »Graustreif, glaubst du, sie werden wissen, wohin wir gezogen sind?« »Oh, sie werden uns schon finden«, versprach der Krieger. »Wie kannst du dir da so sicher sein«, knurrte Feuerstern. »Wir hätten doch noch eine Patrouille auf die Suche nach Blattpfote schicken sollen. »Und dabei riskieren, dass wir weitere Katzen verlieren?«, miaute Graustreif. Feuersterns Augen verengten sich. Sandsturm zuckte mit dem Schwanz. »Das war die schwerste Entscheidung, die er jemals zu treffen hatte«, flüsterte sie Graustreif zu. »Er musste den Clan an die erste Stelle setzen«, zischte Graustreif zurück. »Wir haben so viele Katzen verloren im vergangenen Mond. Miaute Sandsturm. Feuerstern drehte sich um und sein Blick verhärtete sich. »Vielleicht werden die anderen Clans bei der großen Versammlung nun doch endlich zustimmen, dass wir uns gegen diese Bedrohung zusammenschließen müssen«, knurrte er. »Zusammenschließen?« Ein verächtliches Miauen kam von einem gestreiften Kater. »Hast du vergessen, wie die Clans reagiert haben, als du das letzte Mal davon gesprochen hast?« »Der Windclan war halb verhungert.« »Aber du hättest genauso gut vorschlagen können, dass sie ihre Jungen auffressen. Sie sind so stolz und wollen nicht zugeben, dass sie Hilfe von anderen Katzen brauchen.« »Inzwischen ist es aber noch schlimmer geworden, Borkenpelz«, antwortete Sandsturm. »Ich glaube immer noch, dass wir uns gegenseitig helfen können«, miaute Feuerstern. »Es ist fast Blattleere. Die Zweibeiner und ihre Monster haben unsere Beute vertrieben, und was übrig geblieben ist, haben sie vergiftet, sodass wir sie nicht gefahrlos essen können. Allein können wir nicht kämpfen.« Plötzlich schwoll das Wispern des Windes in den Ästen zu einem Brausen an, und Feuerstern verlangsamte seinen Schritt und spitzte die Ohren. »Was ist das?«, flüsterte Sandsturm mit weit aufgerissenen Augen. »Irgendetwas passierte am Baum gefiert«, jaulte Graustreif. Er rannte los, und Feuerstern preschte hinter ihm her, eng gefolgt von seinen Clankameraden. Am oberen Rand des Hangs blieben alle Katzen abrupt stehen und blickten hinab in die Senke mit ihren steil abfallenden Wänden. Helle, unnatürliche Lichter bestrahlten die Stämme der vier gewaltigen Eichen, die diesen heiligen Ort seit der Zeit der großen Clans bewacht hatten. Weitere Lichter blitzten aus den Augen riesiger Monster, die am Rand der Lichtung kauerten. Der Großfelsen, der massive, glatte, graue Stein, auf dem die Anführer standen, wenn sie sich bei jedem Vollmond an die große Versammlung wandten, wirkte klein und verletzbar, wie ein Junges, das auf einem Donnerweg kauert. Zweibeiner rannten in der Senke umher und schrien sich etwas zu. Einer der Zweibeiner hob eine gewaltige glänzende Vorderpfote, die in dem hellen Licht aufblitzte. Er drückte sie gegen den Stamm der ersten Eiche und Staub flog aus dem Baum, wie Blut das aus einer Wunde spritzt. Die glänzende Vorderpfote heulte auf, als sie grausam in die uralte Rinde biss und sich immer tiefer in das Herz des Baums schob, bis der Zweibeiner einen Warnruf ausstieß. Die große Eiche neigte sich, zunächst langsam, dann immer schneller, bis sie krachend zu Boden fiel. Ihre blattlosen Äste prasselten auf die kalte Erde. Dann kamen sie in tödlichem Schweigen zur Ruhe. »Sternenclan, halte sie auf!« miaute Sandsturm. Es gab jedoch kein Anzeichen, dass ihre Kriegervorfahren gesehen hatten, was am Baum gefiert passierte. Die Sterne glitzerten am dunkelblauen Himmel, während sich der Zweibeiner zur nächsten Eiche begab und seine Vorderpfote aufkreischte, als sie zu einem weiteren Todesstoß ausholte. Die Katzen sahen entsetzt zu, wie der Zweibeiner sich um die Lichtung arbeitete, bis die letzte Eiche gefällt war. Das Baum gefiert gab es nicht mehr. Zweibeiner Monster fauchten am Rand der Lichtung, bereit, vorzustürzen und die Beute zu zerlegen, während die Katzen, unfähig sich zu rühren, wie erstarrt am oberen Rand des Abhangs stehen blieben. »Der Wald ist tot«, murmelte Sandsturm. »Für keinen von uns besteht noch Hoffnung.« »Gebt euren Mut nicht auf«, mit glitzernden Augen wandte sich Feuerstern an seine Begleiter. »Wir haben noch immer unseren Clan. Es gibt stets Hoffnung.« »Morgenröte« Krähenfote war der erste, der das Moorland roch, als die Morgensonne ihr weiches Licht über das Tau getränkte Gras breitete. Er gab keinen Laut von sich, doch er beschleunigte den Schritt. Eichonfote preschte hinter ihm her, rasch gefolgt vom Brombeerkralle, Sturmpelz und Bernsteinpelz. Inzwischen konnten sie alle die Moorlanddüfte riechen, und sie wussten, dass das Ende ihrer langen, anstrengenden Reise nahe war. Schweigend hielten die fünf Katzen am Rande des Windclanterritoriums an. Eichonfote warf einen Blick auf ihren Clangefährten Brombeerkralle und dann auf Bernsteinpelz die Kätzin aus dem Schattenklan. Neben ihr kniff Sturmpelz der graue Flussklankrieger die Augen vor dem kalten Wind zusammen, aber am angespanntesten starrte Krähenfote hinaus auf das raue Grasland, wo er geboren worden war. Ohne Federschweif wären wir nicht so weit gekommen, murmelte er. Sie ist gestorben, um uns alle zu retten, bekräftigte Sturmpelz. Eichonfote zuckte zusammen, als sie den Schmerz in der Stimme des Flussklankriegers vernahm. Federschweif war seine Schwester gewesen. Sie hatte ihr Leben verloren, als sie ihre Gefährten aus einer tödlichen Gefahr rettete, nachdem sie in den Bergen eine fremde Gruppe von Katzen getroffen hatten. Der Stamm des eilenden Wassers lebte hinter einem Wasserfall und hörte nicht auf den Sternenklan, sondern auf seine eigenen Ahnen, den Stamm der ewigen Jagd. Eine Großkatze hatte sie viele Monate lang gejagt und einen nach dem anderen erlegt. Als die Bestie wieder in die Höhle des Stamm des eilenden Wassers eingedrungen war, hatte es Federschweif geschafft, eine spitze Felszacke von der Decke zu lösen, die dann herabdonnerte und das Untier tötete. Sie selbst war dabei zu Tode gestürzt. Und nun lag sie unter Felsen im Stammterritorium, in der Nähe des Wasserfalls. »Kommt weiter!« Eichonfote, die plötzlich begierig war, die Reise zu Ende zu bringen, sprang voran über das struppige Gras. Bevor sie aufgebrochen war, hatte sie sich mit ihrem Vater Feuerstern gestritten, und jetzt prickelten ihre Pfoten vor Nervosität bei dem Gedanken, wie er auf ihre Rückkehr reagieren würde. Sie und Brombeerkralle hatten den Wald verlassen, ohne einer Klankatze Bescheid zu geben. Nur Blattpfote, Eichonfotes Schwester, wusste, dass der Sternenclan zu einer Katze aus jedem Clan gesprochen und sie in Träumen aufgefordert hatte, zum Wassernest der Sonne zu ziehen, um Mitternachts Prophezeiung zu hören. Keiner von ihnen hatte geahnt, dass sich Mitternacht als eine weise alte Dechsin entpuppen würde, noch hatten sie sich vorstellen können, welch gewichtige Neuigkeit sie ihnen mitteilen würde. Krähenpfote übernahm die Führung. Er eilte auf einen Ginsterbusch zu und verschwand auf einem Kaninchenpfad, Bernsteinpelz dicht hinter ihm. Eichonfote folgte den beiden durch den schmalen Tunnel, Brombeerkralle und Sturmpelz waren dicht hinter ihr. Als sich der Ginster um sie schloss, schlugen Erinnerungen mit schwarzen Flügeln auf sie ein, zeigten ihr erneut Träume von Finsternis und einem kleinen Raum, der angefüllt war mit panischer Furcht und Angstgeruch. Eichonfote war überzeugt, dass diese entsetzlichen Träume irgendwie mit ihrer Schwester zusammenhingen. Eine erneute Woge von Angst überkam sie, und sie raste noch schneller auf das Licht am Ende des Tunnels zu. Sie wurde langsamer, als sie das offene Grasland erreichte. Brombeerkralle und Sturmpelz brachen hinter ihr hervor ins Freie. »Ich wusste gar nicht, dass du Angst vor der Dunkelheit hast,« neckte Brombeerkralle sie. »Hab ich nicht,« widersprach Eichonfote. »Ich will einfach nach Hause.« Die drei Katzen folgten Bernsteinpelz und Krähenpfote, die in einem Heidekrautfeld verschwunden waren. »Was Feuerstern wohl sagt, wenn wir ihm von Mitternacht erzählen,« fragte sich Eichonfote laut. »Wir sind lediglich die Boten,« miaute Sturmpelz. »Werden Sie uns glauben?«, fragte Eichonfote noch einmal. »Wenn Mitternacht recht gehabt hat, dann werden wir sie bestimmt überzeugen können,« meinte Sturmpelz grimmig. Eichonfote wurde plötzlich klar, dass sie nur an die Heimkehr zu ihrem Clan gedacht hatte. Aber bei Sturmpelzworten zog sich ihr Herz vor Angst zusammen, und Mitternachts schreckliche Warnung halte in ihr nach. »Zweibeiner! Bald kommen sie mit Maschinen! Monster in Euren Worten, nicht?« »Bäume, sie werden entwurzeln, Felsen zerbrechen, die Erde selbst auseinanderreißen. Kein Platz mehr für Katzen. Ihr bleibt, zerreißen die Monster euch auch, oder ihr sterbt ohne Beute.« Ihr Magen krampfte sich vor Furcht zusammen. Sie versuchte, sich zu beruhigen, indem sie sich an den Rest von Mitternachts Prophezeiung erinnerte. »Aber ihr werdet nicht ohne Führer sein. Wenn heimkehrt, steht auf Großfelsen, wenn Silbervlies oben scheint, ein sterbender Krieger den Weg wird zeigen.« Eichonfote holte Tiefluft. Noch gab es Hoffnung. »Ich wittere Windklankrieger!« Bromberg-Krallisjaulen holte Eichonfote zurück ins Moorland. »Wir müssen zu Krähenfote und Bernsteinpelz aufschließen!« keuchte sie. Der Gedanke, sich einer Gefahr, Seite an Seite mit den Reisegefährten zu stellen, war ihr instinktiv gekommen, und sie hatte ganz vergessen, dass Krähenfote ja zum Windklan gehörte und durch seine Klankameraden nicht gefährdet war. Sie schoss aus dem Heidekrautgebüsch hinaus auf eine freie Fläche und stieß fast mit einem ausgemergelten Windklanschüler zusammen. Er zuckte zusammen, als Eichonfote aus dem Heidekraut schoss, hielt jedoch tapfer seine Stellung. »Ich hab doch gewusst, ich rieche Eindringlinge!« fauchte er. Eichonfote verengte die Augen, Krähenfote und Bernsteinpelz blickten den kleinen Windklankater ruhig an. »Eulenjunges!« miaute Krähenfote. »Erkennst du mich nicht? Ich bin Krähenfote!« Der gestreifte Kater zuckte mit den Ohren. »Ich bin jetzt Eulenfote!« blaffte er ihn an. »Du riechst komisch!« fuhr er fort. »Wir sind auf einer langen Reise gewesen,« erläuterte Krähenfote. »Aber jetzt sind wir zurück und ich muss mit Riesenstern reden.« »Wer muss mit Riesenstern reden?« Ein angriffslustiges Jaulen ließ Eichonfote zusammenzucken. Sie drehte sich um und sah einen Windklankrieger, der mit hoch erhobenen Pfoten aus dem Heidekraut geschritten kam. Zwei weitere Krieger folgten ihm. Beunruhigt blickte Eichonfote sie an. Sie waren so mager, dass die Rippen unter ihrem Fell hervorstachen. Hatten diese Katzen in letzter Zeit keine Frischbeute gefangen? »Ich bin's!« »Krähenfote!« miaute der Windklanschüler, wobei die Spitze seines Schwanzes zuckte. »Spinnenfuß! Erkennst du mich auch nicht?« »Natürlich erkenne ich dich!« antwortete der Krieger ausdruckslos. »Wir dachten, du wärst tot!« miaute Spinnenfuß. »Wie ihr seht, bin ich es nicht!« Krähenfote blinzelte. »Ist mit dem Clan alles in Ordnung?« Spinnenfuß knifft die Augen zusammen. »Was machen diese Katzen hier?« fragte er. »Ich kann das jetzt nicht erklären, aber ich werde Riesenstern alles erzählen,« erwiderte Krähenfote. Spinnenfuß fauchte. »Schaff sie von unserem Territorium! Sie haben hier nichts zu suchen!« Bombeerkralle trat vor und neigte den Kopf. »Natürlich gehen wir!« miaute er. »Dann beeilt euch!« fuhr Spinnenfuß sie an. Zu Krähenfote gewandt, knurrte er. »Komm mit, ich bring dich zu Riesenstern!« Er drehte sich um und schritt über die Lichtung. Krähenfote zuckte mit dem Schwanz. »Zum Lager geht es doch da lang!« miaute er und deutete in die andere Richtung. »Wir leben jetzt in den alten Kaninchenhöhlen!« erklärte ihm Spinnenfuß. Eichonfote sah Verwirrung und Angst in Krähenfotes Augen. »Der Clan ist umgezogen?« »Vorübergehend!« erwiderte Spinnenfuß. Krähenfote nickte, obwohl in seinen Augen noch Fragen standen. »Kann ich meinen Freunden auf Wiedersehen sagen?« »Deinen Freunden?« sagte einer der anderen Krieger, ein hellbrauner Kater. »Gilt deine Treue jetzt Katzen anderer Clans?« »Natürlich nicht!« betonte Krähenfote. »Aber wir waren mehr als einen Mond lang zusammen auf Reisen.« Die Windklankrieger blickten sich unsicher an, als Krähenfote zu Bernsteinpilz hinüberging und ihre gesprengelte Flanke mit der Nase berührte. Freundschaftlich strich er an Brombeerkralle und Sturmpilz entlang. Als er den Kopf vorstreckte und Eichhornfotes Schnauze berührte, war diese von der Innigkeit seines Abschieds überrascht. Krähenfote hatte es von ihnen am schwersten gehabt, sich in die Gruppe einzufügen, aber nach allem, was sie zusammen überstanden hatten, fühlte selbst er das Band der Freundschaft, das die fünf Katzen einte. »Wir müssen uns bald wieder treffen«, murmelte Brombeerkralle leise. »Am Großfelsen, so wie Mitternacht es uns gesagt hat, wir müssen den sterbenden Krieger sehen, damit wir wissen, was wir als nächstes zu tun haben.« Er schnippte mit dem Schwanz. »Es wird sicherlich nicht leicht sein, unsere Clans davon zu überzeugen, dass Mitternacht die Wahrheit gesagt hat.« »Also gut«, miaute Krähenfote, »wir treffen uns morgen Nacht beim Baumgefiert und versuchen, unsere Anführer auch mitzubringen. »Warum gefiert?«, knurrte Spinnenfuß. »Darvon ist nichts mehr übrig.« »Wie meinst du das?«, fragte Bernsteinpilz. »Die Zweibeiner und ihre Monster haben die vier Eichen gefällt.« »Alle gefällt«, wiederholte Eichhornfote. »Das habe ich gesagt«, knurrte Spinnenfuß. »Wenn ihr so mäusehirnig sein und dorthin gehen wollt, könnt ihr es selber sehen.« Eichhornfotes Sehnsucht, nach Hause zu kommen, überkam sie wie eine Woge. Die anderen schienen ihre Empfindungen zu teilen. Krähenfote blickte von seinen Clankameraden zu seinen Freunden. »Viel Glück«, miaute er ruhig. »Ich denke trotzdem, dass wir uns dort morgen Nacht treffen sollten.« Brombeerkralle und Sturmpilz nickten. Krähenfote drehte sich um und folgte Spinnenfuß ins Heidekraut. Als die Windklankatzen verschwunden waren, prüfte Brombeerkralle die Luft. »Kommt«, befahl er. »Es ist sicherer, wenn wir zusammenbleiben, bis wir das Moorland verlassen haben.« Brombeerkralle preschte los über das Moorland, die drei anderen Katzen folgten dicht hinter ihm. Eichhornfote kamen der Gedanke, dass es vielleicht leichter gewesen wäre, weiterzureisen, immer durch unbekanntes Territorium zu ziehen, statt sich der Verantwortung zu stellen und den Clans zu berichten, dass sie ihr Zuhause verlassen müssten. Sie näherten sich der Grenze, und der Gestank von zweibeinern Monstern stach Eichhornfote in die Nase. Es gab keinen Hinweis auf irgendwelche Beute, keine Vögel am Himmel und keinen Kaninchengeruch im Ginster. Die vier Katzen erreichten den Grat eines Hügels. Eichhornfote wirkte heftig, als der Gestank von Monstern immer stärker wurde. Sie holte tief Luft und zwang sich, den Hang hinabzublicken. Ein ganzes Stück Erde war aus dem Moorland herausgewühlt worden. Braun war der Boden und grau und aufgebrochen, anstelle der glatten grünen Fläche, die dort gewesen war, als die Katzen ihre Reise angetreten hatten. In der Ferne grollten zweibeinermonster über das Gelände, zermalmten den Boden mit ihren schweren Pfoten und hinterließen eine Spur nutzlosen Schlamms. Zitternd flüsterte Eichhornpfote, kein Wunder, dass der Windclan zu den Kaninchenhöhlen umgezogen ist. Die Zweibeiner müssen ihr Lager zerstört haben. »Sie haben alles verwüstet«, hauchte Brombeerkralle. »Lass uns von hier verschwinden«, zischte Bernsteinpilz. Ihr Bruder aus dem Donnerclan schaute weiterhin entsetzt auf die verwüstete Landschaft. Eichhornpfote schnürte es die Kehle zu. »Kommt«, drängte Eichhornpfote, »wir müssen nach Hause und herausfinden, was mit unseren Clans passiert ist.« Brombeerkralle nickte und spannte die Schultern an. Schweigend machte er sich auf den Weg den Hang hinab, hielt sich von den Zweibeinermonstern fern und gemeinsam überquerten die Katzen den Streifen aufgewühlter Erde. Sie erreichten die Windclangrenze, wo sich das Gelände hinab zum Wald senkte. Bernsteinpilz blieb stehen. »Ich verlasse euch hier«, miaute sie. Ihre Stimme klang ruhig, aber ihre Augen verrieten ihre Trauer. »Wir treffen uns morgen beim Baum gefiert. Was auch immer die Zweibeiner dort angerichtet haben«, versprach sie. »Viel Glück mit Schwarzstern«, miaute Brombeerkralle und strich mit der Schnauze die Wange seiner Schwester entlang. »Ich brauch kein Glück«, entgegnete sie grimmig. »Ich werde alles tun, was nötig ist, um Schwarzstern zu überreden, dass er mitkommt. Unsere Mission ist noch nicht erfüllt. Wir müssen weitermachen, zum Wohl unserer Clans.« Eichonfote verspürte eine neue Welle von Energie in ihrem Körper, als die schildpartfarbene Kriegerin auf die Grenze des Schattenclans zupreschte. »Und wir werden Feuerstern überreden«, rief sie ihr nach. Das Gras unter ihren Pfoten wurde weicher, als Brombeerkralle, Eichonfote und Sturmpilz sich der Flussclangrenze näherten. Bald konnte Eichonfote die Grenzmarkierungen riechen und das ferne Donnern des Wassers in der Schlucht hören. Auf der anderen Seite lag das Territorium des Flussclans, und direkt unterhalb der Schlucht gab es eine Zweibeinerbrücke, die Sturmpilz über den Fluss zu seinem Lager bringen würde. Brombeerkralle blieb stehen und wartete darauf, dass der Flussclankrieger sie hier verlassen würde, aber Sturmpilz blickte ihm nur in die Augen. »Ich komme mit euch zum Donnerclanlager«, miaute er ruhig. »Mit uns? Warum?« rief Eichonfote. »Ich möchte meinem Vater berichten, was mit Federschweif geschehen ist«, antwortete er. »Aber wir können es ihm auch sagen«, bot Eichonfote an. Kraustreif hatte sich vor vielen Monaten in Silberfluss, eine Kätzin aus dem Flussclan, verliebt. Sie war bei der Geburt ihrer Jungen gestorben, und obwohl Sturmpilz und Federschweif im Flussclan aufgewachsen waren, waren sie ihrem Donnerclanvater immer verbunden geblieben. Sturmpilz schüttelte den Kopf. »Er hat schon unsere Mutter verloren«, erinnerte er sie. »Ich möchte ihm selbst von Federschweif berichten.« Brombeerkralle nickte. »Dann komm mit uns«, miaute er sanft. Eine hinter der anderen folgten die drei Katzen dem Pfad, der sie aus der Schlucht und hinab in den Wald führte. Eichonfote beschleunigte die Schritte, bis ihre Pfoten fast über den weichen Waldboden flogen, an ihrer Seite spürte sie Brombeerkralles Fell. Etwas rief sie nach Hause, etwas noch Verzweifelteres als die Bedrohung durch die Zweibeiner und ihre Monster. Die finsteren Träume, die ihren Schlaf gestört hatten, überfluteten sie erneut und halten in ihrem Herzen wieder, wie der Warnruf eines Habichts. Irgendetwas Schreckliches war passiert. »Tüpfelblatt«, rief Blattpfote verzweifelt in den Wald. Es kam keine Antwort. Die weise Heilerin hatte sie früher oft in ihren Träumen geführt. Wenn Blattpfote jemals Tüpfelblatts Hilfe brauchte, dann jetzt. »Tüpfelblatt, wo bist du?« rief sie noch einmal. Das Schweigen zerrte am Blattpfotes Herz wie eine Kralle. Plötzlich hörte sie den Wiederhall eines fremdartigen Jaulens, das sich in ihren Traum kämpfte. Ruckartig öffnete sie die Augen. Kalte Zugluft zerzauste ihr das Fell, und statt eines weichen Moosnests spürte sie ein merkwürdiges, kühles, glänzendes Gewebe unter ihren Pfoten. Sie war in einem winzigen Bau gefangen, dessen Wände, Boden und Decke vollständig aus kaltem, hartem Gewebe bestanden. Es gab gerade genug Platz darin, um stehen zu können und sich zu strecken, aber nicht mehr. Ihr Bau steckte zwischen anderen Bauen, die alle Wände eines kleinen hölzernen Zweibeinernests bedeckten. Blattpfote verlangte es danach, die Sterne zu sehen, aber als sie nach oben blickte, sah sie nichts als das steile Dach des Nests. Das einzige Licht stammte von einem Streifen Mondschein, der durch ein kleines Loch in der Wand am anderen Ende des Nests hereinströmte. Ihr Bau war ganz oben. Der Bau direkt unter ihr war leer, aber unmittelbar unter diesem konnte sie gerade noch ein Bündel dunklen Fels ausmachen. Eine andere Katze? Keine Waldkatze, denn ihr Geruch war ihr nicht vertraut. Blattpfote horchte erneut auf das Jaulen, aber die Katze, die gerufen hatte, schwieg nun, und Blattpfote konnte nur das Wimmern und die unruhigen Bewegungen der Katzen hören, die in den anderen Käfigen gefangen waren. Da waren keine vertrauten Gerüche. Scharfer Zweibeinergestank füllte das Nest, zusammen mit dem Angstgeruch der Katzen. Sternenclan, wo bist du? Endlich bist du wach, flüsterte eine Stimme. Blattpfote zuckte zusammen. Ein Haufen gestreiften Fels bewegte sich in dem Bau nebenan, und sie erkannte den unverwechselbaren, mit Zweibeinerduft vermischten Geruch eines Hauskätzchens. Blattpfote fühlte sich zu elend, um zu antworten. Bittere Erinnerungen überschwemmten sie. Wie die Zweibeiner sie gefangen und an diesen schrecklichen Ort gebracht hatten, als sie mit Ampferschweif auf der Jagd gewesen war, sie war von ihrem Clan getrennt und in der Finsternis eingesperrt worden. Noch eine Stimme ertönte, aus einem Bau weiter entfernt. Wir müssen hier raus, miaute die Katze, und eine andere antwortete vom entfernteren Ende des Nests. Wie? Es gibt keinen Weg nach draußen. Wir können nicht einfach hier sitzen und auf den Tod warten, beharrte die erste Stimme. Es gibt keinen Weg hier raus, du Mäusehirn, ertönte ein schroffes Miauen. Halt das Maul und lass uns schlafen! Die Worte machten Blattpfote krank vor Angst und Traurigkeit. Sie legte die Ohren flach, schloss die Augen und verkroch sich in die Sicherheit des Schlafs. Wach auf! Eine Stimme zischte Blattpfote ins Ohr und riss sie aus unruhigen Träumen. Sie hob den Kopf und blickte sich um. In der schwachen Beleuchtung der Morgendämmerung sah sie nun die gestreifte Kätzchen im Nachtbarkäfig deutlicher. Sie war ganz offensichtlich ein Hauskätzchen, rundlich und mit weichen Muskeln unter ihrem gepflegten, gestreiften Pelz. Ist irgendwas? fragte das Hauskätzchen mit vor Sorge aufgerissenen Augen. Du hast dich angehört, als hättest du Schmerzen. Ich hab geträumt, sagte Blattpfote. Du siehst nicht gut aus, bemerkte das Hauskätzchen. Versuch ein wenig zu essen, in der Ecke deines Käfigs ist was. Blattpfote schaute angeekelt auf die Zweibeiner Nahrung. Das esse ich nicht. Dann setz dich wenigstens auf und wasch dich, drängte das Hauskätzchen. Blattpfote zuckte mit dem Schwanz, rührte sich aber nicht. Sie haben dir doch nicht wehgetan, als sie dich gefangen haben, oder? fragte das Hauskätzchen mit besorgter Stimme. Nein, murmelte Blattpfote. Dann steh auf und wasch dich, fuhr die andere lebhafter fort. Es nützt dir nichts und auch keiner anderen Katze, wenn du nur Trübsal bläst. Blattpfote hatte keine Lust aufzustehen und sich zu waschen. Das Bodengewebe kratzte an ihren Pfoten und unter einer Kralle sickerte Blut hervor. Die Augen brannten ihr von der dreckigen, stinkenden Luft, die von den Monstern draußen in das Nest hineindrang. Steh auf, wiederholte das Hauskätzchen, energischer diesmal. Wir werden einen Fluchtweg finden. Wenn du nicht aufstehst, deine Muskeln streckst und etwas isst und trinkst, kommst du nicht mit. Und ich werde keine Katze hier lassen, wenn ich es verhindern kann. Blattpfote blinzelte. Kennst du einen Weg hier raus? Noch nicht, gab das Hauskätzchen zu. Aber du könntest mir bei der Suche nach einer Lösung helfen, wenn du endlich aufhören würdest, dich selbst zu bemitleiden. Blattpfote wusste, dass die andere recht hatte. Sie schob das Elend, das ihr die Kraft geraubt hatte, beiseite und erhob sich mühsam auf die Pfoten. Ihre verkrampften Muskeln wehrten sich, als sie ihren Schwanz streckte und die Beine dehnte. Sie fühlte sich ein wenig besser und begann, sich zu waschen und mit der Zunge über ihre Flanke zu streichen. Das Hauskätzchen kauerte sich näher an den Maschendraht heran und beobachtete sie mit strahlend blauen Augen. Ich bin Laura, miaute sie. Wie heißt du? Blattpfote. Blattpfote? Wiederholte Laura. Was für ein merkwürdiger Name. Dann fuhr sie fort. Pech gehabt, dass sie dich gefangen haben, Blattpfote. Hast du dein Halsband auch verloren? Ich wäre nicht hier, wenn ich meins nicht abgestreift hätte, das blöde Ding. Aber wenn ich es jetzt noch tragen würde, hätten mich die Arbeiter nach Hause gebracht, statt hierher. Sie legte das Kinn an und leckte eine ungewaschene Stelle in ihrem Brustfell. Meine Hausleute werden wahnsinnig sein vor Sorge. Es ist schön, dass sie sich Sorgen machen, aber ich kann mich um mich selber kümmern. Blattpfote konnte ein belustigtes Schnurren nicht unterdrücken. Ein Hauskätzchen und sich um sich selber kümmern? Wenn du nicht das Essen von den Zweibeinern hättest, würdest du verhungern. Zweibeiner? Entschuldigung, Blattpfote verbesserte sich um des Hauskätzchens willen. Hausleute. Und woher kriegst du deine Nahrung? fragte Laura. Ich jage. Ich habe einmal eine Maus gefangen, verteidigte sich Laura. Ich fange alle meine Nahrung, sagte Blattpfote. Laura kniff die blauen Augen zusammen. Bist du eine von diesen Waldlandkatzen, von denen Wulle erzählt? Ich bin eine Klankatze, erklärte ihr Blattpfote. Laura schaute verwirrt. Eine Klankatze? Es gibt vier Clans im Wald, erklärte Blattpfote. Jeder hat sein eigenes Territorium und eigene Gebräuche. Aber wir leben alle zusammen unter dem Sternenclan. Sie sah, wie Laura die Augen weit auffriss und fuhr fort. Der Sternenclan, das sind unsere Kriegervorfahren. Sie leben im Silbervlies. Wulle hat niemals irgendwelche Clans erwähnt, murmelte Laura. Wer ist Wulle? Eine Katze aus einem anderen Garten. Er hat vor langer Zeit einen Freund gehabt, ein Hauskätzchen, das losgezogen ist, um sich den Waldlandkatzen anzuschließen. Äh, ich meine den Clans. Mein Vater wurde als Hauskätzchen geboren, miaute Blattpfote. Er hat seine Zweibeiner verlassen und sich dem Donnerclan angeschlossen. Laura drückte sich an das glänzende Gewebe, das sie trennte. Wie heißt dein Vater? Blattpfote blickte sie verwundert an. Glaubst du, er könnte diese Katze sein, die dein Freund gekannt hat? Laura nickte. Vielleicht. Wie heißt er? Feuerstern. Laura schüttelte den Kopf. Wulles Freund hieß Sammy. Sie seufzte. Nicht Feuerstern. Aber er hat nicht immer Feuerstern geheißen, miaute Blattpfote. Das ist sein Clanname, es ist der Name eines Anführers. Er musste ihn sich verdienen, genauso wie er sich seinen Kriegernamen verdienen musste. Und was hat dein Vater gemacht, dass er den Namen Feuerstern verdient hat? Sein Fell ist orangefarben wie eine Flamme, erklärte Blattpfote. Als er zum Donnerclan gekommen ist, hat ihm die Anführerin den Namen Feuer. Dann muss er Wulles Freund sein, sagte Laura. Wulle erzählt immer, dass Sammy das strahlendste flammenfarbene Fell besaß, das er jemals gesehen hat. Und jetzt ist er der Anführer deines Clans. Ich kann's gar nicht erwarten, bis ich Wulle das erzähle. Laura blickte zu Boden. Dein Vater wird sich fragen, wo du abgeblieben bist. Ich wette, er ist so besorgt um dich wie meine Hausleute um mich. Ja, stimmte Blattpfote zu. Wir müssen einen Weg hinausfinden, sagte Laura mit fester entschlossener Stimme. Weißt du, warum die Zweibeiner uns so gefangen halten? Fragte Blattpfote. Ich nehme an, wir behindern das, was sie im Wald tun, miaute Laura. Mich haben sie gefangen, als ich hinter einem Eichhörnchen her in den Wald gejagt bin. Eins von den Monstern ist dröhnend zwischen den Bäumen herangerast. Ich war so verwirrt, dass ich die Arbeiter um mich herum nicht gesehen habe. Einer von ihnen hat mich gepackt und hier reingesteckt. Selbst ohne meine Halsband muss er so dumm wie ein Junges gewesen sein, dass er mich für eine Waldkatze gehalten hat. Verärgert blusterte sie sich auf. Blattpfote zuckte mit dem Schwanz. Waldkatze oder Hauskätzchen, sie waren gleichermaßen eingesperrt. Ich komme gewöhnlich nicht in diesen Teil des Waldes, sagte sie. Ich habe nach Wolkenschweif und Lichtherz gesucht, zwei meiner Clankameraden. Laura neigte den Kopf zur Seite. Sie sind vor kurzem verschwunden, erklärte Blattpfote. Einige im Clan dachten, sie seien einfach weggelaufen, aber ich weiß, dass sie ihr Junges niemals verlassen würden. Also hast du angenommen, dass die Zweibeiner sie geschnappt haben und bist gekommen und hast nach ihnen gesucht, meinte Laura. Ich habe nicht einmal gewusst, dass die Zweibeiner Katzen einfangen, miaute Blattpfote. Ich habe einfach gesucht und bin auf den Geruch einer Flussklankatze gestoßen, die auch vermisst wurde. Sie machte eine Pause, ihr Fell kribbelte. Falls Wolkenschweif, Lichtherz und Nebelfuß von Zweibeinern gefangen worden waren, dann könnten sie auch hier sein. Sie blickte sich angestrengt in dem Nest um. Schließlich erblickte sie eine Gestalt mit weißem Fell und goldbraunen Flecken. Lichtherz, rief sie mit zuckendem Schwanz. Ja, kam eine vorsichtige Antwort. Wer ist da? Ich bin's, Blattpfote. Blattpfote! Die Stimme kam von irgendwoher in dem Nest und Blattpfote ließ ein leises Schnurren hören, als sie Wolkenschweifs vertrautes Miauen erkannte. Sie suchte die Käfige ab, bis sie seinen dichten weißen Pelz ausmachen konnte. Ihr seid beide noch am Leben, rief Blattpfote. Sind das die Katzen, nach denen du gesucht hast? fragte Laura. Blattpfote nickte. Blattpfote? Eine weitere Stimme kam aus dem Schatten. Ich bin's, Nebelfuß. Nebelfuß, wiederholte Blattpfote. Was hast du denn getrieben, so weit weg von der Flussklanggrenze? Ich wäre niemals in diese hinterlistige Zweibeinerfalle geraten, wenn ich nicht einen diebischen Windklankrieger von meinem Territorium verjagt hätte, knurrte die Kätzchen. Ein zittriges Miauen ertönte von unten. Ich habe nicht gewusst, dass das eine Falle war, als ich mich versteckt habe. Wer ist das? Wer ist das? fragte Blattpfote und schaute nach unten. Ginsterschweif aus dem Windclan, kam die Antwort. Gibt es noch andere Clankatzen hier? rief Blattpfote. Es kam keine Antwort. Es gibt ungefähr die gleiche Anzahl Einzelläufer hier wie Clankatzen, zischte Nebelfuß. Was sind Einzelläufer? flüsterte Laura ängstlich. Das sind Katzen, die vorziehen, nicht zu einem Clan zu gehören, erklärte Blattpfote. Auch nicht zu den Zweibeinern. Sie kümmern sich nur um sich selbst, fügte Nebelfuß hinzu. Na und? Schau nur, wohin dich die Sorge um deine Clankameraden gebracht hat, murmelte eine vorwurfsvolle Stimme von weiter unten. Blattpfote sah genauer hin und entdeckte einen struppigen alten Kater mit zerfetzten Ohren, der in einem Käfig am Boden kauerte. Achte nicht auf den, fauchte Laura. Der ist keine Hilfe. Kennst du ihn? fragte Blattpfote erstaunt. Er hat immer wieder den Abfall von meinen Hausleuten gestohlen, erklärte Laura. Er nennt sich vielleicht Einzelläufer oder sonst was, aber er ist nicht besser als eine Ratte, wenn du mich fragst. Weiß eine Katze, was die Zweibeiner mit uns vorhaben? fragte Lichtherz ängstlich. Was glaubst du denn, was sie mit uns machen werden? murmelte der Einzelläufer. Sie haben uns nicht gefangen und in dieser stinkenden Hütte eingeschlossen, weil sie Katzen gern haben. Wenigstens füttern sie uns, miaute Laura rasch. Selbst wenn die Nahrung nicht so wohlschmeckend ist, wie ich es gewöhnt bin. Blattpfote warf ihr einen Blick zu. Wir sollten uns darauf konzentrieren, einen Weg in die Freiheit zu finden, wie Nebelfuß es vorgeschlagen hat, miaute sie. Warum haltet ihr nicht allesamt das Maul? fauchte der Einzelläufer. Mit eurem ganzen Miauen bringt ihr noch die Zweibeiner zurück. Während er sprach, ertönten draußen schwere Schritte und Blattpfote erstarrte. Sie drückte sich ganz nach hinten in ihren Bau, als der Zweibeiner mit einem weiteren Käfig hereinkam. Blattpfote konnte an dem Angstgeruch erkennen, dass eine Kätzchen darin kauerte, aber den Duft kannte sie nicht. Noch ein Einzelläufer, entschied sie, als der Zweibeiner den Käfig auf den von Wolkenschweif stellte. Und nach den anderen Einzelläufern hier drinnen zu urteilen, wird sie für unsere Fluchtpläne nicht unbedingt hilfreich sein. Aber so wie der Zweibeiner das Nest verlassen hatte, hörte sie Nebelfuß überrascht rufen, Sascha! Eichonfote raste vor Brombeerkralle und Sturmpelz auf die Schlucht zu, wo der Donnerclan sein Lager hatte. Der Gestank von Zweibeiner-Monstern hing in der Luft, und ihr Herz wurde so schwer wie ein Stein, als sie vor sich ein dröhnendes Rumpeln hörte. »Sie sind schon hier!«, flüsterte sie. Eichonfote spürte Brombeerkralles Fell an ihrer Seite, als er neben sie kroch und aus der Deckung der Bäume lugte. »Sei vorsichtig!«, murmelte er. Durch den Wald war eine breite Schneise getrieben worden. Die Erde, einst verborgen unter Farnbüschen und glatt von den Pfotenspuren vieler Monde, war jetzt verklumpt und schlammig. Der Weg zur Schlucht wurde von brüllenden und knurrenden Monstern versperrt, die sich durch weitere Bäume hindurchbissen. Eichonfote legte die Ohren an. »Mitternacht hat uns gewarnt!«, rief Brombeerkralle ihr in Erinnerung. Eichonfote presste sich dicht an ihn, suchte Trost in der Wärme seines Fels. »Hier können wir nicht rüber!«, fuhr er fort. »Das ist zu gefährlich! Wir müssen um das Lager herumgehen und es von der anderen Seite erreichen.« »Du gehst voran!«, schlug Sturmpelz vor. »Du kennst den Wald hier besser als ich!«, er warf einen Blick auf Eichonfote. »Dann kommt!«, miaute Brombeerkralle und lief los, weg von der Zerstörung der Zweibeiner. Sie ließen die Monster hinter sich und eilten zwischen den Bäumen hindurch. Angst presste Eichonfote die Brust zusammen, als sie den Pfad entlang rannte, der zum Ginstertunnel führte. Ohne Zögern senkte sie den Kopf und rannte hinein in die Dornen. »Feuerstern!«, jaulte sie, als sie auf die Lagerlichtung stürmte. Sie war vollkommen leer. Das ganze Lager war still. Auf zitternden Beinen trottete Eichonfote zum Bau ihres Vaters. Aber sein Bett aus Moos war feucht und muffig und seit Tagen unbenutzt. Eichonfote glitt aus der Felsspalte und lief hinüber zur Kinderstube. Auch die war leer. »Aber wo ist der Klan hin?«, heulte sie. »Oh, Sternenklan, was ist hier geschehen?« Brombeerkralles Augen glänzten vor Angst. »Ich weiß es nicht«, gab er zu, »aber wir werden sie finden.« Sturmpelz trat zu ihnen. »Sind wir zu spät gekommen?«, flüsterte er heiser. »Wir hätten schneller heimkehren sollen«, miaute Eichonfote. Sturmpelz schüttelte den breiten grauen Kopf und schaute sich in der verlassenen Kinderstube um. »Wir hätten gar nicht erst losziehen dürfen«, knurrte er. »Wir hätten hier bleiben und unseren Clans helfen sollen.« »Wir mussten gehen«, zischte Brombeerkralle, fuhr die Krallen aus und grub sie ins Moos. Es war der Wille des Sternenklans. »Aber wo sind unsere Clangefährten hin?«, klagte Eichonfote. »Nirgendwo ist Blut. Kein Hinweis auf einen Kampf«, murmelte Brombeerkralle. Eichonfote folgte seinem Blick. Sturmpelz hatte recht. Auch hier draußen bot das Lager keinerlei Anzeichen, des Etwas den Clan angegriffen hätte. Das musste doch bedeuten, dass der Clan unversehrt war, als er das Lager verließ. »Sie sind wohl an einen sicheren Ort gezogen?«, miaute Eichonfote und Brombeerkralle nickte. Plötzlich ertönte ein kreischender Kriegerschrei von oben. Eichonfote sah flüchtig den Schatten eines dunklen Fels. Dann landete das Gewicht einer Katze auf ihrem Rücken und ihre Beine gaben nach. Vor Wut sträubten sich ihr die Haare und mit kratzendem Pfoten schlug sie wild um sich. Die Reise zum Wassernest der Sonne hatte sich stark und senig gemacht und sie hörte, wie die Katze keuchte, die sich angestrengt an ihr Fell klammerte. Instinktiv rollte sich Eichonfote auf die Seite und fühlte Krallen über ihre Flanke reißen, als ihr Angreifer zu Boden krachte. Vor Wut fauchend wirbelte Eichonfote mit gesträubtem Nackenfell und zurückgezogenen Lippen zu ihm herum. Die andere Katze hatte sich ebenfalls aufgerappelt und funkelte sie mit aufgeplustertem Schwanz an. »Wolltest wohl meine Vorräte stehlen, was?«, fauchte sie. »Rußpelz!«, keuchte Eichonfote. Die Heilerin riss verblüfft die Augen auf. »Eichonfote! Du bist heimgekommen!«, stammelte sie, stürzte vor und drückte die Schnauze an die Wange der Schülerin. »Wo bist du nur gewesen? Ist Brombeerkralle bei dir?« »Wo sind sie alle?«, fragte Eichonfote verzweifelt, bevor sie Rußpelz' Fragen beantworten konnte. Das Geräusch vom Pfoten, die den Fahntunnel entlang trommelten, unterbrach sie. Brombeerkralle und Sturmpelz erschienen auf der Lichtung. »Rußpelz! Und wo sind die anderen?«, fragte auch Brombeerkralle. »Wir mussten wegziehen«, erklärte Rußpelz kummervoll. »Die Monster sind immer näher gekommen, und so hat Feuerstern uns befohlen, das Lager aufzugeben.« »Wann?«, Brombeerkralles Augen waren rund vor Erstaunen. »Vor zwei Mondaufgängen.« »Und wo seid ihr hin?«, fragte Eichonfote. »Zu den Sonnenfelsen«, Rußpelz blickte sich verzweifelt auf der Lichtung um. »Ich bin nur zurückgekommen, um ein paar Vorräte zu holen. Da Blattfote mir nicht mehr helfen kann, frische Kräuter zu sammeln, gehen sie dauernd zur Neige,« Eichonfotes Herz setzte aus. »Was ist mit ihr?«, Rußpelz blickte sie traurig an. »Die Zweibeiner haben uns Fallen gestellt«, sagte die Heilerin. »Blattfote wurde am Tag, bevor wir das Lager verlassen haben, gefangen. Am Verschweif hat alles beobachtet, aber sie konnte ihr nicht helfen.« Aus Eichonfotes Beinen schien jede Kraft zu weichen, und sie wankte. »Wohin haben die Zweibeiner sie gebracht?«, fragte Brombeerkralle entsetzt. »Wir wissen es nicht.« »Hat Feuerstein einen Suchtrupp losgeschickt?« Er hat einen Rettungstrupp ausgesandt, so wie Ampelschweif zurück war, aber an der Stelle, an der die Zweibeiner sie gefangen hatten, wimmelte es von Monstern, die die Bäume herausrissen, und es gab keine Spur von Blattfote. Hußpilz trat vor und drückte ihre Wange gegen Eichonfotes Gesicht. »Danach war es nicht mehr sicher, weiter nach ihr zu suchen«, murmelte sie. »Dein Vater musste an den ganzen Clan denken. Er konnte nicht riskieren, auf der Suche nach Blattfote weitere Katzen zu gefährden.« Sie wandte den Blick ab. »Ich wollte selbst nach ihr suchen, aber ich wusste, ich wäre dabei zu nichts nütze.« Wütend blickte sie auf ihr Hinterbein, das durch eine alte Verletzung auf dem Donnerweg geschwächt war. Hußpilz kannte nur zu gut den Schaden, den Zweibeiner Monster den zerbrechlichen Körpern von Katzen zufügen konnten. Aber jetzt fiel Eichonfote auf, wie der Heilerin das Fell herunterhing und sich darunter die scharfen Knochen abzeichneten. Auch Brombeerkralle musste das bemerkt haben. »Wie geht es dem Clan?«, fragte er. »Nicht gut«, gab Hußpilz zu. »Lerchenjunges ist gestorben. Rauchfell hatte nicht mehr genug Milch für sie. Beute war so rar, und wir haben alle Hunger gelitten. Auch Tupfenschweif ist tot. Sie hatte ein Kaninchen gegessen, das die Zweibeiner vergiftet hatten, um den Windclan loszuwerden. Hußpilz peitschte mit dem Schwanz. Die Zweibeiner haben alles zerstört. Lichthass und Wolkenschweif sind ebenfalls vermisst. Wir nehmen an, sie sind wie Blattfote in Zweibeinerfallen geraten. Brombeerkralle senkte den Blick auf die kalte, schlammige Erde. »Ich hatte nicht gedacht, dass es so schlimm sein würde«, murmelte er. Mitternacht hat uns gewarnt, aber »Was meinst du damit?«, fragte Hußpilz verwirrt. »Mitternacht ist eine Decksin«, erklärte Eichhornpfote. »Die haben wir aufgesucht.« »Ihr seid los, um eine Decksin aufzusuchen?« »Beim Wassernest der Sonne«, fuhr Eichhornpfote fort. »Das verstehe ich nicht«, murmelte Rußpilz. »Der Sternenclan hat uns dorthin geschickt«, ergänzte Sturmpilz. »Eine Katze aus jedem Clan.« »Er hat uns aufgetragen, zu dem Ort zu gehen, wo die Sonne nachts ins Meer fällt«, fügte Brombeerkralle hinzu. »Der Sternenclan hat euch dahin geschickt«, Rußpilz schnappte nach Luft. »Ich, wir, wir hatten gedacht, er hätte uns verlassen«, sie sah Brombeerkralle erstaunt an. »Der Sternenclan hat zu dir gesprochen?« »In einem Traum«, gestand der ruhig. Sturmpilz knetete mit gesträubtem Fell den Boden. Federschweif hatte den gleichen Traum. »Und Krähenpfote und Bernsteinpelz«, ergänzte Eichhornpfote. Rußpilz starrte die drei Katzen mit aufgerissenen Augen an. »Ihr müsst mitkommen und Feuerstern alles erzählen.« »Wir haben nichts mehr vom Sternenclan gehört seit damals, als er uns die Botschaft von Feuer und Tiger sandte.« »Für? Feuer und Tiger?«, wiederholte Eichhornpfote ratlos. »Ihr werdet das bald genug erfahren.« Rußpilz blickte ihr nicht in die Augen. »Kommt jetzt mit mir. Der Clan muss eure Geschichte hören.« »Die Sonnenfelsen waren der sicherste Ort, wo wir uns verstecken konnten«, erklärte ihnen Rußpilz, als sie durch den Farn zogen. »Und was ist mit dem Flussclan? Sie haben doch schon früher das Gelände als ihr eigenes Territorium zu beanspruchen versucht.« »Hatte Feuerstern keine Angst, dass sie den Clan angreifen könnten?« »Der Flussclan hat in letzter Zeit nicht mehr damit gedroht«, erwiderte Rußpilz. »Die Sonnenfelsen sind so weit entfernt von den Zweibeinern und ihren baumverschlingenden Monstern, wie wir auf unserem eigenen Territorium nur gehen konnten und nahe genug bei dem bisschen Beute, das im Wald noch übrig geblieben ist.« Eichhornpfote bemerkte, dass die mageren Flanken der Heilerin vor Anstrengung bebten. Sie warf Brombeerkralle einen Blick zu. Der beobachtete Rußpilz ebenfalls mit sorgenvoll zusammengekniffenen Augen. »Wir sind in viel besserer Verfassung als Sie«, flüsterte Eichhornpfote ihm zu. »Unsere Reise hat uns kräftig gemacht«, sagte Brombeerkralle. Eichhornpfote wurde schmerzhaft bewusst, dass der Wald zu einem anderen Ort geworden war, zu einem, in dem Katzen nicht überleben konnten. »Kein Platz mehr für Katzen. Ihr bleibt. Zerreißen die Monster euch auch, oder ihr sterbt ohne Beute.« Mitternachts-Prophezeiung wurde bereits wahr. Die wuchtigen hellgrauen Sonnenfelsen ragten hinter den Bäumen auf, und Eichhornpfote konnte einige Umrisse von Katzen ausmachen, die sich über die Steine bewegten. Lautes Jaulen schreckte sie auf. Einen Herzschlag später brachen Amperschweif und Farnpelz aus den sie umgebenden Büschen hervor. »Ich hatte doch das Gefühl, ich rieche etwas Vertrautes«, miaute Amperschweif außer Atem. Eichhornpfote starrte die beiden Krieger bestürzt an, die ebenso heruntergekommen aussahen wie Rußpelz. »Wir hatten nicht geglaubt, dass ihr noch zurückkommen würdet«, miaute Farnpelz. »Natürlich sind wir zurückgekommen«, testierte Eichhornpfote. »Wo seid ihr denn gewesen?«, fragte Amperschweif. »Weit weg«, murmelte Sturmpelz. »Weiter als je eine Waldkatze gewesen ist.« Farnpelz funkelte den Flussklankrieger misstrauisch an. »Bist du auf dem Weg zu deinem Zuhause?« »Vorher muss ich mit Graustreif sprechen.« Farnpelz' Augen wurden schmal. »Lasst ihn durch«, sagte Rußpelz. »Diese Katzen haben uns eine Menge zu erzählen.« Farnpelz' Schnurrhaare zuckten, aber er neigte den Kopf, drehte sich um und ging zwischen den Bäumen hindurch auf die Felsen zu. »Kommt«, miaute Amperschweif und trottete hinter Farnpelz her. »Die anderen wollen euch auch begrüßen.« Eichhornpfote ging neben ihr her. »Rußpelz hat mir von Blattpfote erzählt«, murmelte sie. »Ich konnte nichts zu ihrer Rettung tun«, antwortete die schildpartfarbene Kriegerin Matt. »Ich weiß nicht, wohin die Zweibeiner sie gebracht haben.« Der starke, vertraute Geruch des Donnerklans füllte die Luft. Eichhornpfote wäre am liebsten vorangestürmt und hätte ihre Clankameraden begrüßt, aber ihr Instinkt ermahnte sie, sich ihnen vorsichtig zu nähern. Vor ihr erhob sich die Böschung aus glattem Stein, unterbrochen von Rinnen und kleinen Aushöhlungen und auf einer Seite von Bäumen begrenzt. Das abweisende Gestein, über das die Winde der Blattleere fegten, war ein kalter Aufenthaltsplatz für den Clan. Es gab hier keine zentral gelegene Lichtung, wie in der Schlucht, wo sich die Katzen versammeln konnten, stattdessen kauerten sie in kleinen Gruppen beieinander. Eichhornpfote entdeckte das dunkle Fell ihres Mentors Borkenpelz, der sich mit Mausefell unter einem überhängenden Felsen verkrochen hatte. Er schien viel kleiner als zur Zeit ihres Aufbruchs. Seine knorrigen Schultern stachen unter seinem ungepflegten Fell hervor. Die beiden Ältesten, Frostfell und Fleckenschweif, kauerten in der tiefsten Rinne. Trotz des Schattens konnte Eichhornpfote sehen, dass ihr Fell verfilzt und stumpf war, voller Moosstückchen und festgetrocknetem Schlamm. Weiter unten, wo die Rinne sich verbreiterte, hatte sich die graue Gestalt von Borkenpelzgefährten Rauchfell über ihre beiden verbliebenen Jungen gebeugt. »Dort unten ist das Geschützter«, erklärte Rußpelz. »Die Schüler haben ihre Nester in der Kuhle da drüben gemacht«, fuhr sie fort und hob die Schnauze, um auf eine kleine Vertiefung in den Felsen zu deuten. Eichhornpfote warf Brombeerkralle einen fragenden Blick zu. Er antwortete ihr mit einem winzigen Kopfnicken, aber hinter seinen Augen stand Angst und seine Schultern waren angespannt, als er langsam die Böschung hinauftrottete. Beklommen folgte sie ihm. Als sie an Rauchfell vorbeiging, blickte die Königin zu ihr auf und ihre grünen Augen verdunkelten sich vor Ärger. Eichhornpfote zuckte zusammen. Gab der Clan etwa ihnen die Schuld für das, was passiert war? Sturmpelz suchte die Felsen nach Graustreif ab. Eichhornpfote folgte seinem Blick, aber von dem zweiten Anführer des Donnerclans oder ihrem eigenen Vater war nichts zu sehen. Beim Geräusch schneller Pfotenschritte hinter ihnen wirbelte Eichhornpfote erschrocken herum. Aschenpelz, ein hellgrauer Krieger, kam erst kurz vor ihr zum Stehen. »Du bist wieder da!« Er hielt den Schwanz hoch aufgerichtet und berührte sie zur Begrüßung mit der Schnauze. Eichhornpfote spürte eine Welle der Erleichterung. Weidenpfote krabbelte aus seiner Höhle und rannte über den Felsen auf sie zu, Weißpfote dicht hinter ihm. »Weidenpfote!« rief Eichhornpfote. »Wie läuft's mit dem Training?« »Wir haben hart gearbeitet!« antwortete Weidenpfote atemlos, als er sie erreichte. Weißpfote hielt neben mir an. »Wir hätten unsere erste große Versammlung gehabt, wenn die zwei beinahe nicht das Baum ge...« Aschenpelz warf der weißen Ketze in einen warnenden Blick zu. »Davon haben Sie doch nichts gehört!« zischte er. »Lass sie nur!« warf Brombeerkralle ein. »Wir wissen über das Baumgefiert Bescheid. Spinnenfuß hat es uns erzählt.« »Spinnenfuß?« Aschenpelz verengte die Augen. »Seid ihr auf dem Windkland-Territorium gewesen?« »Wir mussten so zurückkommen!« erklärte Eichhornpfote. »Zurück von wo?« miaute Weidenpfote, aber Eichhornpfote gab keine Antwort. Sie hatte gesehen, dass Borkenpelz und Mausefell aus ihrem provisorischen Bau aufgetaucht waren, und auch Schlammfell kroch aus einer Vertiefung neben ihnen. Alle Krieger kamen jetzt näher, wie durch Schatten gleitende Gespenster. Eichhornpfote unterdrückte ein Schaudern. Angst durchbohrte ihr Herz, als sie verstand, dass nicht nur der Walz sich verändert hatte. Ihr eigener Clan war ebenfalls anders geworden. »Also? Wo wart ihr?« knurrte eine unverwechselbare Stimme. Frostfell war aus der Rinne über ihnen, wo die Ältesten sich niedergelassen hatten, herausgeklettert. Die alte Kätzin hatte viel von der Glätte ihres schneeweißen Fells verloren, und unter ihrem eisigen Blick zuckte Eichhornpfote zusammen. »Wir sind auf einer langen Reise gewesen,« begann Brombergkralle. »Das sieht man euch nicht an!« Rauchfell hatte ihre Jungen verlassen und schob sich in den Vordergrund. »Ihr seht besser genährt aus als wir. Woher sollen wir wissen, dass ihr den Clan nicht einfach verlassen habt, weil ihr nicht mit uns den Hunger der Blattlehre ertragen wolltet?« fauchte sie. Eichhornpfote hörte Mausefell und Dornenkralle zustimmend miauen. Aber diesmal gewann ihre Wut die Oberhand über ihre Angst. »Wie könnt ihr nur so etwas denken?« zischte sie mit gesträubtem Fell. »Naja, ihr seid offensichtlich mehr an etwas außerhalb des Clans interessiert,« knurrte Mausefell und sah sturmpelzgrimmig an. »Unsere Treue hat immer dem Clan gehört,« erwiderte Brombergkralle ungerührt. »Deshalb sind wir gegangen.« »Was tut dann ein Flussklankrieger bei euch?« fragte Borkenpelz. »Er hat eine Nachricht für Graustreif,« miaute Brombergkralle. »So wie er mit ihm gesprochen hat, geht er.« »Er geht jetzt sofort,« fauchte Mausefell und machte einen Schritt auf ihn zu. Rußpilz trat zwischen die beiden. »Erzähle ihnen von der Prophezeiung des Sternenclans,« drängte sie Brombergkralle. »Eine Prophezeiung? Der Sternenclan hat gesprochen?« Eichhornpfotes Clankameraden starrten sie und Brombergkralle an wie hungrige Füchse. »Erst müssen wir Feuerstern berichten,« miaute Eichhornpfote ruhig. »Wo ist Feuerstern?« rief Brombergkralle. »Er ist auf der Jagd!« Es war Sandsturms Stimme. Eichhornpfote wartete atemlos, halb freudig, halb ängstlich, als die gelbbraune Kätzin auf ihre Tochter zutrottete. Eine Schwanzlinge vor ihr stehen blieb und sie unverwandt anblickte. »Ihr seid wieder da,« sagte Sandsturm verwundert. Plötzlich begannen Sandsturms Schnurrhaare zu zittern und sie stürzte vor. »Eines meiner Jungen ist zurückgekommen,« miaute sie und rieb ihre Wange mit glühender Liebe an Eichhornpfotes Wange. Erleichterung überflutete diese. »Es tut mir so leid, dass ich gegangen bin, ohne Bescheid zu sagen, aber...« »Du bist wieder da,« miaute ihre Mutter. »Dies allein ist wichtig.« Ihr warmer Atem streifte die Schnauze ihrer Tochter. »Es sieht so aus, als ob ich meine Schülerin wieder hätte.« Borkenpilz war ausgemergelt und sah ebenso gehetzt aus wie die anderen Krieger, aber als er herüberkam, um sie zu begrüßen, waren seine Augen voller Wärme. »Wo auch immer du gewesen bist, du hast gut gegessen,« meinte er. Mit großen Augen betrachtete er Eichhornpfotes straffe Muskeln und ihr glänzendes Haarkleid. Bromberg-Kralles Schwanz zuckte. »Wir hatten Glück. Da, wo wir gereist sind, gab es viel Frischbeute.« »Und Frischbeute benötigen wir mehr als alles andere auf der Welt,« miaute Borkenpilz. »Wenn ihr gute Jagdgründe gefunden habt, sollte der Clan wissen, wo sie sind.« »Sie sind sehr weit entfernt,« warnte Bromberg-Kralle. Borkenpilz zuckte mit den Ohren. »Dann ist es nichts für uns,« miaute er. »Wir haben hier unser Zuhause. Wir werden nicht zulassen, dass die Zweibeiner und ihre Munster uns noch mal vertreiben. Trotzig stimmten die anderen Katzen zu. Eichhornpfote blickte entsetzt um sich. Aber sie mussten doch wegziehen. Mitternacht hatte ihnen gesagt, dass die Clans sich ein neues Zuhause suchen müssten. Der sterbende Krieger würde ihnen den Weg zeigen. Da entdeckte sie oben auf dem Felsen, als Umriss vor dem rosigen Abendhimmel, eine Gestalt. Obwohl die Schatten es unmöglich machten, die Fellfarbe dieser Katze zu erkennen, waren die mächtigen Schultern und der lange zur Begrüßung erhobene Schwanz nicht zu verkennen. »Feuerstern!« rief Eichhornpfote. »Eichhornpfote!« Feuerstern stürmte den Abhang herab und blieb vor ihr stehen. Seine Schnurrhaare zuckten einen Herzschlag lang, bevor er den Kopf vorstreckte und Eichhornpfotes Ohr leckte. »Eichhornpfote!« 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 »Fier-oii-jção! «